Hilfe! Was ist los? Okay, atme für mich. Doktor, was ist los? Ich muss ein paar Tests machen. Oh, sie ist schwanger. Wirklich? Es geht los. Okay, ganz ruhig. Oh, hier ist das Baby. Oh, Baby. Oh, zwei Babys. Zwei Babys? Oh nein, nein, nein. Okay. Nächster Patient. Du. Hi, Doc. Hier ist die Leine. Her damit. Tschüss. Guter Junge. Nun, mal sehen, was mit dir los ist. Bist du bereit? Was ist da drin los? Was ist denn alles in der Welt? Was soll das? Mach auf. Hey, er war so ein braver Junge. Sieht gut aus. Doktor, Hilfe. Mit ihr stimmt etwas nicht. Oh, keine Panik. Ich habe genau das Richtige. Ich habe genau das Richtige. Willst du das nehmen? Was? Bitte. 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 Nein, ha? Zeit für eine Show. Hey, schau. Was? Bitte sehr. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Verzweifelte Zeiten. Verzweifelte Maßnahmen. Ich baue ein Loch rein. Das ist ein harter Brocken. Perfekt. Jetzt stecke ich die Tablette rein. Dein Hund wird nichts ahnen. Es hat geklappt. Genial. Oh. Oh. Danke, Doc. Jetzt ist sie gesund. Noch ein Patientgehalt. Ich könnte einen Snack gebrauchen. Oh, schmeckt komisch. Ich habe einen Schwanz. Hm. Komm rein. Was? Ist da jemand? Hä? Hey, Kumpel. Was ist los? Hündchen? Alles okay. Ich bin ja da. Ich werde mich gut um dich kümmern. Lass mich zuerst deine Werte messen. Seltsam. Was? Warte mal. Keine Sorge, ich mache das schon. Die Technik ist heutzutage echt fortschrittlicher. Oh nein. Du bist voll. Tut mir leid, aber ich muss das machen. Nur noch ein bisschen. So, jetzt bist du gesund. Braver Junge. Mal sehen, was wir hier haben. Eine Hand. Braves Mädchen. Ehe geht. Wir müssen was dagegen tun. Dein Fell ist überall. Oh nein, ich brauche Hilfe. Hallo. Oh ja. Wow. Was ist das denn? Ich bin hier, um nachher zu sehen. Okay. Ich weiß genau, was zu tun ist. Los geht's. Oh, das ist schwer. Na gut. Das wird funktionieren. Und sie liebt es. So, fertig. Das sind ganz schön viele Haare. Wollen wir nochmal? Ja? Okay. Oh, du bist groß, ha? Darf ich die hier benutzen? Meine Katze ist krank. Hilf ihm. Oh, ihm? Okay. Ich habe genau das Richtige. Ähm, muss es denn so groß sein? Oh, Doc. Es wird nicht wehtun. Nein, nein. Nein, Katze nicht. Autsch. Schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Wow. Das ist stark. Ich glaube, er mag es. Es ist Katzenminze. Oh, er ist ganz ruhig. Jetzt können wir ihn untersuchen. Warte mal. Was ist das? Ich muss es rausholen. Er hat Würmer. Echit. Jetzt bist du in Sicherheit. Danke. Autsch. Huh? Was ist denn hier los? Hey, Doc. Autsch. Huh. Huh. Hör auf, mein Büro zu zertrümmern. Tut mir so leid. Mein Hund kann nicht sehen. Bist du ein Leckerli-Kuppel? Schau. Huh? Das testen wir. Hey, Hündchen. Schau her. Hm. Ist das Büro nicht etwas verschwommen, Doc? Nein? Okay. Leih mir deine Brille. Wir werden Kontaktlinsen benutzen müssen. Eine für jedes Auge. Vielen Dank, Doktor. Oh, hier drüben. Ich muss los. Fisch. Interessant. Doktor. Meinem Fisch geht's nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er stirbt. Bitte schnell. Keine Panik. Was machst du denn da? Ich rette sie. Du hast sie gegessen. Pass auf. Klappst du? Ich esse einfach dein Haustier. Aha. Das sollte reichen. Aber zuerst müssen wir es bequem machen. Jetzt pass auf. Sicher, dass das klappt? Aha. Eine Sekunde. Da ist sie. Alles in Ordnung. Danke. Wo ist mein Hund? Oh nein. Es hat keinen Sinn. Ich kann sie nicht finden. Doktor, ich brauche Hilfe. Was? Was? Spuck es aus. Doktor, mein Hund ist verschwunden. Keine Panik. Alles wird gut. Hey Kumpel. Willst du ein Spielzeug? Oh, das willst du jetzt? Ja. Alles in Ordnung. Sie ist hier. Wirklich? Oh Mann. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Tücke deine Box. Klar. Oh mein Gott. Nimm sie. Oh mein Gott. Bitte Hilfe. Irgendjemand. Oh. Oh. Du bist der beste Hund aller Zeiten. Mein Gott, Sohn, was ist passiert? Mama, der Hund hat mich gerettet. Können wir ihn adoptieren? Oh, sicher. Lass mich raus. Was willst du denn? Wir waren doch gerade erst draußen. Aber meine Blase sagt was anderes. Ich bringe dir Spielzeug. Ich kann es nicht mehr länger halten. Ich bin zurück. Oh. Einmal wegräumen, bitte. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe zum Strand. Na los, holen wir was Süßes. Na los, Kleiner. Boden sauber. Herunterfahren. Wir müssen hier raus. Dir zeige ich es noch. Warte, was machst du da? Leif. Und ich habe einen Bademantel und Shampoo für dich. Der macht doch Scherze. Na los, Junge. Nimm die. Oh Mann. Kann ich nicht alleine duschen? Warum wäschst du dich nicht? Du willst, dass ich mitmache. Na los. Mama sagt, wir sollen duschen. Brauchst du Hilfe? Ich mach das. Oh, sie weiß, wie das geht. Ich will aber auch mal. Oh, Weyer. So blöd sehe ich nicht dabei aus, oder? Guten Appetit. Was ist denn los, Kleiner? Oh, hast du Angst vor einem kleinen Katzenteller? Leute, komm schon, setz dich neben mich. Ich werde getragen. Fühlt sich nobel an. Na also, Blake. Das ist dein Zimmer. Na los. Oh, wie bequem. Ich könnte hier jederzeit einschlafen. Oh, ich muss ausschlafen. Blake! Was ist hier passiert? Was? Oh Mann. Meine Träume sind außer Rand und Band. Zeit für etwas Ruhe. Blake! Armes Ding. So kann ich dich nicht lassen. Kriegen wir hin. Perfekt. Diese Frau denkt an alles. Ich habe heute zu viel Wasser getrunken. Das fühlt sich gut an. Okay, und wieder schlafen. Blake! Zeit fürs Frischmachen! Ich brauche das nicht, Alter. Ich bin doch kein Mensch. Ich habe Hunderechte, okay? Du kannst mich nicht einfach herbringen, oder? Was ist das? Was ist los, mein Junge? Ich will gehen und ich muss kackern. Oh, du willst zum Friseur? Ja, das willst du, oder? Du verstehst gar nichts, oder? Wo bist du? Keine Sorge, ich bin hier. Hallo, du Schöner. Wer bist du denn? Vorsichtig. Hm, ah. Einfach mega. Fünf Dollar bitte. Naja, hast du verdient. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Guten Morgen, Blake. Oh. Wow, so früh bin ich noch nie aufgewacht. Na komm, Blake, gehen wir. Guten Morgen, Morgen, Morgen. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Miss, 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 ihr Sohn ist weg. Blake, keine Sorge, Blake hat ihn geweckt. Haha, guten Morgen. Okay, na dann gehe ich mal Frühstück machen. Nicht nötig. Was? Musst du nicht, Blake hat schon Frühstück gemacht. Wow. Oh, das ist aber schön. Das ist mein Job, den kannst du nicht besser als ich. Ich kenne deine Schwächen. Ah, das meinte ich nicht. Das hier meine ich. Hm, das sollte reichen. Oh, ist das ein Leckerli? So viele Leckerlis. Du bist hier also der Liebling, huh? Ups. Sind Sie verrückt, Fräulein? Warum machen Sie... Was ist denn hier los? Blake, wie konntest du das tun? Blake? Ich war's nicht, sie war's. Hm, mal sehen, wer hier lügt. Oh nein, oh nein. Du bist gefeuert. Ich zahl dafür nicht. Na, magst du den? Oder den hier? Ach, Leute, ich hab keine Lust mehr. Er war viel zu lange weg. Nimm den, nimm den. Wo ist der hin? Blake, nein! Oh, da bist du ja. Was soll das denn? Du hast meinen Hund gefunden. Ja, ich war's. Ich hab ihn gefunden. Nicht jetzt, Leo. Frag sie nach einem Date. Oh, ja, ja. Willst du mit mir spazieren gehen? Ja. Lassen Sie mich einfach hier? Leute, wartet! Oh, die Aktien für eine Lasagne sind im Preis gefallen. Blake, Blake! Oh, da bist du ja. Morgen gehen wir zur Schule. Aber wir brauchen eine gute Verkleidung. Das funktioniert nicht. Nein. Ich werd ihm mal helfen. Wie mach ich das nur? Oh, Blake, das ist ne gute Idee. Wir gehen zur Schule. Oh, ich wollte schon immer in die Schule. Keine Hunde erlaubt. Oh. Halt! Hm. 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 Ha! Keine Snacks in der Schule. Geh schon rein. Hm. Dem überlasse ich meinen Schubf nicht. Oh. Guten Morgen, Herr Direktor. Irgendwelche Hunde heute, Gary? Nein, Sir. Gut. In meiner Schule sind keine Hunde erlaubt. Hm. Hm. Pssst. Sorry. Du brauchst mal Luft. Hm. Ich riech da was Leckeres. Au. Oh. Äh. Blake, wein. Hab dich. Hm. Tschu. Alecci. Hat hier jemand einen Hund dabei? Hm. Was ist in der Tasche? Dink. Könnt ja kalt werden, Herr Hand. Tschu. Nimm das weg von mir. Ruh. Hm. Jawoll. Hm. Hallo, Klasse. Sagt mir, hat jemand einen Hund mitgebracht? Oh. Äh. Oh. Ich hab echt viel Hunger. Hm. Früher oder später werde ich den Hund finden. Hallo, Hunde. Äh. Lieben, Leckerlis. Was ist das? Warum liegt das hier? Hm. Oh. Oh. Äh. Äh. Los, 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 schnell, geh da rein, komm, los. Bingo. Oh, ist da niemand drin? Bloß nicht bellen, bloß nicht bellen. Ich konnte nicht anders. Hab ich dich. Blakey. Schau mal, wen ich gefunden hab. Der Hund geht nach Hause. Und du? Nachsitzen. Schau dir mal. Das an. Bist du das erste Mal hier? Nein. Wow, und ich hab nur meinen Hund mitgebracht. Du hast einen Hund? Ich liebe Hunde. Schau mal. Bist du ein braver Junge. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. You know what you have to do To make your dream come true For the shining star It will lead you to the top Reach the top Keep dreaming Get petits Witch the top Fears the main willen Pears the main Timothy I know what you have to do For the очер Das nächste Mal mache ich weniger rein. Oh, Sack braucht meine Hilfe. Ich kann nicht hinsehen, er ist so traurig. Ich muss den Schlüssel holen. Eins, zwei, drei, vier Kekse. So viele Kekse. Ach du meine Güte. Das war ja einfacher als ich dachte. Warum stellen Sie solche Leute überhaupt ein? Blanky! Du bist mein kleiner Bruder. Verstanden? Na komm. Halt! Wer ist das? Das ist mein kleiner Bruder. Wo ist meine Brille? Die war doch hier irgendwo. Na los! Jetzt sehen wir mal. Hey, du! Raus hier! Guter Junge. Okay, Daisy. Plan B. Du schon wieder? Aha! Hab dich! Okay. Mach's gut, Daisy. nicht mit mir! Daisy! Es hat geklappt! Das riecht nach Hund hier. Jung, wir haben's in die Schule geschafft. Oh! Geh da rein! Ich hab dich mit deinem Hund gesehen. Wo ist der? Ja! Das funktioniert bei mir nicht. Sie mögen Hunde. Sie lieben Hunde. Ha 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 HA! Mh..., was hab ich getan? Hä? Hä? Äh? Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Was ist das? Hunde sind hier nicht erlaubt. Okay, gehen wir. Okay, nicht beißen, ja? Okay, Leute, heute reden wir über Fische. Riecht nach Hon. Was ist das? Das ist mein Anzug für den Tanzwettbewerb. Versteck ihn nicht, öffne ihn und zeig mir, was drin ist. Kein Problem. Zeit dir zu helfen. Gehört das wirklich dir? Ich spiele Julia. Oh, Romeo. Hör auf damit, zurück in die Klasse. Warte. Scan, läuft. Und was war das? Was? Natürlich können sie selbst reinschauen. Verdächtig. Omas Brotdose. Viel Glück, Daisy. Das kommt hierhin. Lala Bücher. Gehen wir, Daisy. Was haben wir denn hier? Lala Bücher. Sieht okay aus, du darfst rein. Gut gemacht, Mädchen. Nicht mit mir. Okay, das ist komisch. Aber wo ist Daisy? Hier sind ihre Bücher. Wie sie meinen. Bereite dich auf den Test vor. Ups. Hey, Chris. Brauchst du Hilfe? Na komm. Ja, gut so. Oh. Leere. Warum schreit die denn so? Sie wird den Hund bemerken. Heute habe ich einen besseren Plan. Klop, klop. Na komm. Gut gemacht. Mal sehen, wie gut das diesmal klappt. Jason, hast du mal einen Stift? Scheinbar keine Hunde hier. Okay, Seite 46. Leckerlis. Für Menschen. Essen ist nur in den Pausen erlaubt. Daisy, komm. Komm raus da. Los, los. Ich setze mich jetzt hin. Sei still. Ja, okay. Was geht hier vor? Bin hungrig. Okay, dann iss doch was. Beste Kekse für Menschen. Leckerlis. Okay. Friss es auf, Daisy. Heute wohl nicht. Hey, Hundi. Hey, Hundi. Hey, Hundi. Hey, Hundi. Hey, Hundi. Tiere ohne Heim. Tiere ohne Heim? Äh, Lauf. Komm. Oh. Abgeschlossen. Das könnte funktionieren. Daisy sei still. Psch, Daisy, sei still. Oh. 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 ein komisches Geräusch? Er ist ein bisschen kaputt. Okay. Langsam, Daisy. Hey, Daisy, was machst du denn? Hey, hey. Oh Gott. Daisy, benimm dich das nächste Mal mehr. Hit me, Baby, one more time. Was ist das? Ich kündige. Ah, das Mädchen, Daisy. Da schummelt doch jemand. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wow, wofür das denn hin? Was machen Sie da? Meine Schnürsenkel binden. Wie auch immer. Plan B. Diesmal kriege ich dich. Ja, super. Löschen. Was? Mr. Peterson? So ist fein. Das ist kein Hund. Arbeitet in dieser Schule denn irgendjemand? Na klar, kein Problem. Daisy, Daisy. Psst, psst. Habe ich dich. Psst, bitte, bitte, sei leise. Ich wusste es. Schaff den Hund aus der Schule. Na los, Daisy. Gut gemacht. Schneller, schneller. Beide dich. Oh, darum hat der Hund gebellt. Chris. Gehen wir nach Hause. Chris, es tut mir so leid. Ich lag so falsch mit deinem Hund. Oh, sie wird unser Sheriff. Polizeihund. Oh, tschu. Hey. Ich habe gewonnen. Gutes Mädchen. Tschu. Bleib zurück hier, dumme Monster. Zack, wir sitzen in der Falle. Keine Sorge, Baby. Du bist mein Retter. Meine Traumfrau. Sorry, aber Hunde sind nicht erlaubt in der Schule. Hi, Luna. Guck mal, wie süß die sind. So süß. So süß. So süß. Oh, der hier ist so fleischig. Oh, oh, oh. Ja, ich kann nichts sehen. Oh, oh. Was? Wow, sie mag Hunde. Blake. Oh, die Aktien für la Lasagne sind im Preis gefallen. Blake. Blake. Oh, da bist du ja. Morgen gehen wir zur Schule. Aber wir brauchen eine gute Verkleidung. Das funktioniert nicht. Nein, ich werde dir mal helfen. Wie mache ich das nur? Oh, Blake, das ist eine gute Idee. Wir gehen zur Schule. Oh, ich wollte schon immer in die Schule. Keine Hunde erlaubt. Oh. Halt. Keine Snacks in der Schule. Geh schon rein. Den überlasse ich meinen Schimpf nicht. Oh. Guten Morgen, Herr Direktor. Irgendwelche Hunde holt, Gary? Nein, Sir. Gut. In meiner Schule sind keine Hunde erlaubt. Hm. Ich rieche da was Leckeres. Au. Äh. Hey, nein. Hab dich. Tschuh. Allergie. Hat hier jemand einen Hund dabei? Äh. Hm. Was ist in der Tasche? Könnte ja kalt werden, Hand. Achiu. Nimm das weg von mir. Hm. Jawohl. Hm. Hm. Blink. Beschaff dich. Beschaff dich. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Okay. Na gut. Sie darf mich so nicht sehen. Hm. Hm. Wenigstens hat sie mich so nicht gesehen. Hm. Hey. Du hast einen Hund? Äh. Äh. Ja. Du hast einen Hund streichen. Sie sind wie kleine Kinder. Okay. Hey. Puh. Okay, Blink. Los geht's. Los geht's. Braver Junge. Hm. Oh, oh. Nein. Oh nein, 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 nein. Oh. Hä? 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 Wir müssen dich verstecken. Bleib hier und sei still. Er hätte mir ruhig was zu lesen geben können. Ich hätte das Sandwich nicht essen sollen. Wow. Wow. Du hast mich gerettet. Ja. Äh, vielleicht willst du mal mit mir ausgehen? Hm. Ja. Treffen wir uns um 5 Uhr im Park. Aha. Und komm nicht zu spät. Hm. Yes. Ah. Warum ist der Boden nass? Ah. 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 Hat jemand einen Hund mitgebracht? Hm. Ah. 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 Genau. Kümmere dich um deine eigenen Sachen. Hey. Ah. 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 Hallo Hunde, lieben Leckerlis. Was ist das? Warum liegt das hier? Oh, äh... Oh, äh... Oh, äh... Oh? Was, 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 schnell, geh da rein, komm, los. Bingo. Oh, ist da niemand drin? Bloß nicht bellen, bloß nicht bellen. Ich konnte nicht anders. Hab ich dich! Blakey! Schau mal, wen ich gefunden hab. Der Hund geht nach Hause. Und du? Nachsitzen! Schau dir mal! Das an! Bist du das erste Mal hier? Nein! Wow! Und ich hab noch meinen Hund mitgebracht! Du hast einen Hund? Ich liebe Hunde! Schau mal! Du bist ein braver Junge! Ich muss hier raus! Hey! You know what you have to do To make your dream come true For this shining star It will lead you to the top Reach the top Keep dreaming Reach the top Hier komme ich nie raus. War schon wieder viel zu viel Salz. Das nächste Mal mache ich weniger Reulen. Oh, Sek braucht meine Hilfe. Oh, ich kann nicht hinsehen. Er ist so traurig. Ich muss den Schlüssel holen. Eins, zwei, drei, vier Kekse. So viele Kekse. Ach du meine Güte. Das war ja einfacher, als ich dachte. Warum stellen Sie solche Leute überhaupt ein? Blakey! Du bist mein Retter! Wir müssen uns beeilen. Luna, wartet! Hey, du bist zwei Minuten zu spät. Sorry, ich hatte einen Unfall. Oh nein, nimm den weg von mir! Ich dachte, du magst Hunde. Nein, ich liebe Katzen. Dieser Hund hat meine Schuhe ruiniert. Dieses Date ist vorbei. Nein, warte! Luna! Blakey! Blakey! Oh, ist der süß. Ist das dein Hund? Ich habe auch einen Hund. Oh, wie süß! Sorry, wie heißt du? Er fällt immer wieder auf Katzenliebhaberinnen rein. Ich helfe ihm sogar in Sachen Liebe. Ich sollte dich mal baden. Mal sehen, was wir hier haben. Sarah, bist du bereit? Lilly! Dad, ich wasche gerade meine Haare. Fünf Minuten, fünf Minuten, ja. Ich hab's! Lilly! Dad! Hi! Ups! Du bist aber schwer! Shampoo für echte Männer! Ich bin so froh, dich getroffen zu haben! Aha! Hm? 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 Wo ist meine Krawatte? Danke. Hier ist deine Krawatte. Du lässt auch alles rumliegen. Hey, wo ist mein Blazer? Das sind meine Haare. Die fallen aus wegen dem Stress. Hunde-Futter-Lieferung. Wir haben keinen Grund. Nur ein Albstofftier. Entschuldige uns. Bye. Hunde-Futter, im Ernst? Das ist doch nur ein Plüschtier. Warte. Ich hoffe, Dad ist noch nicht zurück. Hey, komm her. Ja. Wo verstecke ich das nur? Perfekt. Oh, hey. Sollen wir einmal Gassi gehen? Ja? Komm, auf geht's. Ich brauche ein neues Zuhause für Sarah. Die Discounter-Flakes schmecken seltsam. Aber ich mag's. Was? Guten Morgen, meine kleine Süße. Lilly, wach auf. Komm schon, Lilly. Wach auf, Lilly. Wach auf, wach auf. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, Dad. Hm? Doch. Aha. Hä? Äh, Dad? Was ist los mit dir? Ich brauche mehr Schlaf. Sarah, wo bist du? Oh, da bist du ja. Warte. Ah, ich wusste es. Oh nein. Du hast mich die ganze Zeit belogen. Oh, es tut mir leid, Dad. Du darfst deine Eltern nicht anlegen. Das ist nicht fair. Na komm, na komm. Na komm. Los. Komm schon. Verschwinde hier. Buh. Los. Geh. Hä? Warte. Hund. Komm schon. Warte. Ich hab sie verloren. Wie konntest du sie nur verlieren? Ich vermisse dich. Hä? Oh. Hä? Hä? Du hast keinen Hund. Ja, ich hab keinen Hund. Nicht mehr. Was? Oh, das war eine lange Reise. Oh. Hi, du. Oh, du bist so schön. Weißt du, meine Tochter wünscht sich einen Hund. Komm mit mir. Komm. Oh, hi, Mr. Smith. Hä? Hund? Sie haben keinen Hund. Oh, es tut mir leid. Der ist immer glücklich hier bei mir. Oh, Liebes. Oh, mein Hündchen. Oh, sie sucht ein Zuhause. Sie kann bei uns bleiben. Dad, bitte. Komm schon. Na gut, na gut. Yay. Danke. Komm, wir gehen spazieren. Komm. Was? Was? Schatz? Was denn? Die sind lecker. Vermiss dich. Lass heute treffen. Was? Du hast mich betrunken. Ruf mich nie wieder an. Ich wünschte, du wärst mein Freund. Ich will dich mitnehmen. Komm mit. Scheint, als wäre mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Guter Junge. Guter Junge. Komm rein. Guter Junge. Guter Junge. Guter Junge. Guter Junge. Guter Junge. Ich find alles. Ich glaube, da war ein Hund. Mom, das war wahrscheinlich Einbildung. Okay. Hm. Okay, okay. Wir gehen. Leiden sind für Kinder. Ich brauch die doch. Sorry. Ich bin so müde vom Spazieren. Spazieren, Spazieren. Hat jemand Spazieren gesagt? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Womit fütter ich dich jetzt? Das ist für dich. Gesundes Essen schmeckt richtig gut. Kein Essen vom Boden. Okay, 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 okay. Komm runter. Wer ist mein guter Junge? Bin bald zurück. Sie hat mich vergessen. Was mach ich nur? Sie ist zurück. Endlich. Hab mein Handy vergessen. Bye. Was? Ich werd sie vermissen. Hey Zach, guck mal, was ich hier habe. Jetzt brauchst du ne Dusche. Dusche? Tack. Was? Das ist Klopapier. Hier, los, los. Was? Was tust du? Das müssen wir aufräumen. Du räumst das wieder auf, Fräulein. Okay, spielen wir. Ich verstecke mich und du suchst mich, okay? Los, finde mich. Wo bleibt er denn? Wo bist du? Wo hast du das her? Böser Hund. Böser Hund. Böser Hund. Ach, schon okay. Ich mach später sauber. Zack, das ist nur der Fernseher. Zack, blöb. Zack. 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 Okay, Gehen, dear. Baja, you! Baja, you! Braver Junge! Gut gemacht, sehr gut gemacht. Ja, nee? Ja, nee? Oh, ein Pickel! Der muss weggehen. Das wird klappen. Hey, Zack! Hey, ganz ruhig, ich bin's. Maja, was ist da oben los? Alles okay, Mann! Ah! Den merkst du! Guter Junge! Oh! Zapper! Ruhig mal ein Stück! Oh! Roll du tief hin! Ruhig mal ein Stück. Oh! 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 Das wird eine lange Nacht. Okay, gehen wir. Haustierpflege? Fellpflege? Komm schon, Zack. Das bedeutet... Das mache ich doch lieber selber. Wie könnte er... Was ist das? Das ist meins. Komm, Zack, wir machen ein Foto. Oh, voll das schöne Bild. Du? Warte! Melissa ist meine Schwester. Guck! Siehst du, ich würde dich nie betrügen. Zack? Ja, das ist der Hund meiner Schwester. Maya, wo bist du? Ein Hund im Haus? Der ist so süß.